Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Tickle, dem Let's Play von Tickle Me Now. Wir befinden uns gerade in London und zwar im Jahre 1868. Und ja, das hier wird jetzt aber erstmal nur in erster Linie ein Ankündigungsvideo. Und zwar habe ich in der letzten Woche eine ganze Zeit lang, ja oder sagen wir mal sehr intensiv, Assassin's Creed Syndicate auf Platin gespielt. Und ja, ich möchte euch nun in der nächsten Zeit mal so ein paar Sachen zeigen, die mir hier sehr gut gefallen, die mir aufgefallen sind. Und angefangen mit den Soundtracks, die ich sehr geil finde, gehe ich mal davon aus, dass ich in nächster Zeit öfter mal irgendwie Pubs besuchen werde, die hier ja öfter mal sind. Aber Moment, vielleicht finde ich hier gerade sogar einen. Ja, auf jeden Fall werde ich Pubs besuchen, ich werde in Parks und was weiß ich wo alles Musiker auffinden, die dann eben Soundtracks spielen, was ich sehr geil finde. Also, also, ich bleibe immer wieder mal bei den Musikern stehen und das macht einfach Spaß, das möchte ich euch zeigen. Und vielleicht finde ich dann auch noch so die eine oder andere Sache, also ich könnte mir vorstellen, dass ich die Videos dann irgendwie Paptour 1868 oder was nenne, was weiß ich. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Ihr werdet es auf jeden Fall über Facebook wiedersehen, wie immer. Und ja, also so viel auf jeden Fall schon mal dazu. Ich denke Rocket League, wird es auch wohl nochmal wiedergeben, ne? Also das ist ja ja an sich gar kein Problem sein, vor allem, dass es ja recht schnell aufgezeichnet ist. Das ist ja eigentlich ganz schön und ja, interessant wird auch bei der Paptour, dass wir dann eben durch die verschiedenen Viertelreisen dabei, kann ich euch ja mal kurz zeigen, die Whitechapel, City of London, The Strand, Westminster, Lambeth und Southwalk. Und ja, ja, und die Temse natürlich, die ja ein eigenes Gebiet hier im Syndicate darstellt. Und ja, da werde ich euch mal ein bisschen was zeigen, euch ein bisschen mitnehmen. Und euch die schönen Seiten von Syndicate präsentieren. So, in etwa wie die Kinder, die jetzt hier gerade beispielen. Alles klar. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns doch einen Daumen nach oben. Und abonniert gerne unseren Kanal. Ähm, was haltet ihr von der Idee dieser Videos? Sagt ihr, hey, das ist ne, ne coole Idee? Äh, oder, denke ihr euch eher, was sollt ihr mit den, äh, mit den Soundtracks und das juckt mich alles überhaupt nicht? Rein in die Kommentare damit. Da darf auch gerne diskutiert werden, gar kein Problem. Dafür sind die Dinger ja schließlich da. Ähm, was würdet ihr euch ansonsten noch von, äh, äh, so an Videos, wenn, jetzt auch vielleicht in Hinsicht auf Syndicate. Auch in die Kommentare bitte. Und, ja. Auf Facebook könnt ihr uns natürlich auch wie immer besuchen. Und, ich wünsche euch jetzt schon mal noch viel Spaß bei dem, was auch immer ihr gerade spielt. oder tut und lasst. Und sagt dann mal bis Mittwoch. Ciao.